ja hallo leute ich bin es wieder euer radi hat heute morgen etwas gefunden beziehungsweise ich habe einen tipp bekommen und deswegen habe ich wieder gefunden ja es geht darum dass es gibt eine neue version vom train controller train controller 9 gold und die c1 version ja und dazu will ich mal eben kurz was sagen also die c1 version ist ab dem 1.7 2022 steht sie bei dem herrn freiwald also bei railroad und co zum download bereit und sie hat eine gewisse änderung und da will ich heute mal darüber reden es gibt nämlich dann wahrscheinlich und es gibt mit sicherheit kein usb stick mehr in der zukunft sondern es gibt eine lizenz was ich persönlich gesehen ehrlich gesagt ganz gut finde ja also ich mach mal hier weiter ich gehe mal hier raus jetzt und dazu gehen wir mal auf die seite na komm so und so dann gehen wir mal dahin hier sind wir jetzt auf der seite von dem herrn freiwald also von railroad und co und da kann man sehen achtung train controller neukunden ab dem 15 7 22 muss ihr modell beim pc mit dem internet verbunden sein es gibt die aktuelle version 9 c1 zum download und ja da gehen wir mal eben hin können wir mal eben machen so da ist es und die habe ich mir auch schon runtergeladen und die läuft auch und die funktioniert auch auch mit meinem usb stick aber da gibt es halt eine information und die kann man hier im forum sehen und hier gibt es wichtige ankündung kündigungen und so weiter da gehen wir da mal drauf und da sieht man nämlich jetzt hier ein paar einträge nämlich von dem herrn freiwald vom 3 juli 2022 es geht dabei um die umstellung von dem usb stick auf einen internet code alle ich sag mal ihr und ich wir wissen dass wir wenn wir etwas dort bei dem herrn freiwald gekauft haben hat es eigentlich immer einen internet code gegeben für zusatzprogramme und so weiter nur für die für den train controller selber gab es immer diesen usb stick und da das wird jetzt geändert und wie das geändert wird das steht alles hier drin also einfach mal hier lesen das finde ich ist schon eine gute sache und macht auch sinn meines erachtens ja was haben wir noch also was soll es da sein ich gehe mal eben hier auf meine powerpoint noch die gucken uns mal eben an so da habe ich da was dazu gemacht also wie gesagt es gibt ja die verschiedenen möglichkeiten also ich sag mal ein usb oder aber lizenzen zu haben es gibt zum beispiel bei itrain die variante dass man eine lizenz code bekommt finde ich ehrlich gesagt sehr gut weil dann ist man flexibel und ja alles ist richtig und gut so und ja das wären in dem fall die lizenz das ist ein relativ langer schlüssel der wird vergeben mit einer e mail adresse passt ist alles in ordnung gibt es nichts zu meckern so dann kommen wir zu dem herrn freiwald heute also zum railroad und co zum train controller ja und da wie gesagt ist die änderung jetzt heute die sollte man beachten ja ich denke mal ist es hat jetzt keinen nachteil oder nichts neues setzt für die normale funktion das sieht mir nicht danach aus steht zumindest nicht da drin aber wie gesagt es wird dann für alle neukunden dieser stick von railroad und co der wird entfallen und dafür gibt es eine lizenz und wie das da funktioniert das steht ja da drin ich habe es mal hier aufgeschlüsselt wie ich das bei mir habe ich habe mir ihr wisst ja immer schön alles notieren und so weiter excel code excel tabellen und tralala ja ich habe das hier so mal für mich so ein bisschen aufgelistet wie ich da seinerzeit von dem train controller 58 auf von 58 auf silber von silber auf gold gegangen bin dann collection dazu hardware dazu smart hand dazu und so weiter dann das upgrade von 8 auf 9 wieder hardware ja und denn die ersatz lizenz jetzt halt hierfür für die b2 version und ja ok letztendlich am schluss was dann die b3 version ja und hier kommt dann irgendwann die neuen gold c1 version ja das wäre gut wenn ich das so dann auch kriegen könnte sage ich jetzt mal ich weiß noch nicht ob das funktioniert oder ob das dann nur für die neukunden kunden gilt ich habe es mal angefragt und wir werden das dann sehen ja und beim beim win digipad 2021 da ist es so da gibt es also diesen stick und da ändert sich auch nichts also das wollte ich einfach nur mal sagen also es wird eine lizenz geben ich würde sagen denkt immer dran update ist meistens immer gut also würde ich von der b3 auf die c1 version gehen auch wenn es jetzt für euch oder für die meisten keine auswirkungen im moment hat was das was da sonst geändert worden ist ist jetzt nicht beschrieben ja aber man sollte wissen dass die c1 version dann hauptsächlich deswegen kommt wegen eben der änderung mit dem usb stick ich denke mal nicht dass es pro ich sag mal nachteile dadurch geben wird man kann die lizenz auf dem rechner spielen man kann wahrscheinlich auch dann so wie es ja beschrieben ist da mit dem einen oder anderen rechner arbeiten also es muss der einzige punkt ist der das ist halt eine internet vergeben internet leitung geben muss dass das die ganze sache gecheckt wird beim beim einloggen und das ist aber ja eigentlich ich meine jeder hat ja wahrscheinlich eine internet verbindung sowieso und deswegen sehe ich das also überhaupt nicht als nachteil an ja hier bin ich jetzt noch mal auf meine anlage gegangen also und ja ich wollte nur eben sagen ich habe schon installiert diese c1 version und das kann man hier oben mit hilfe und info kontrollieren und das kennt ja auch jeder von euch also wie sagt 90 gold c1 die version die aktuelle version und ich habe natürlich in usb stick drin im moment also das scheint alles so weiter zu funktionieren gibt es also keinen grund dass man da nervös werden muss leute also so jetzt aber dann schluss für heute und das war's mit der kurzinfo zum thema train controller 9 gold c1 version ok ciao euer radi